Hallo meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Rainbow Six Siege auf der Map die vier Hater, zusammen mit Dalu, den Maru, den Kundran und den Alex. Hallo. Guten Tag. Die Hater, das ist immer eine gute Map. Hater ist immer gut. Du spielst immer die gleiche Klasse. Du oder was? Ja, steht bei mir auch eine kleine Zahn drin. Ja, das ist ja auch gut, dass die Leute sich an die selbe Klasse immer gewöhnen. Ja, in Rainbow sollte man eine Klasse spielen und das war's. Ja, kannst ja so eine Variation haben oder so. Das ist ja 2-3. Ja, aber wähle ja nicht, wenn du im Fünfer Team spielst. Das durch dich. Strip-Coup is clear. Und wir sollen uns absprechen, wann wir das bringen, die Folgen. Hast du nen Fehler gemacht wieder? Ne, aber ich bin hier früher viel Zeit als du. Also die sind wir nicht früher. Ne, ich bin hier um 14 Uhr, da ist super. Dann bringe ich die jetzt um 12 Uhr 30. Dann bringe ich die um 11 Uhr 30. Morgens um 8 Uhr. Komm ich nach oben? Ja, du bist ein bisschen falsch. Ja, ich hab ja, ich musste ja neu installieren, weil irgendwie das eine Woche ja nicht ging. Und dann hab ich ja die, also alles zurückgesetzt und dann hab ich dann ja deutsch installiert. Ne, ich hab mich verdreht. Oh. Hier ist noch nicht verstärkt. Ja, ja, das ist schon richtig. Moment, ach, die sind hier drüben, die Hater. Die Hater. Äh, pass auf, haben wir irgendwas Fernkampfmäßiges? Ne, gar keine. Wow. Was heißt Fernkampf? Also nicht. Ja, so ein, der ein Gewehr hat und keine loszieht. Ja, weil du kannst hier oben durchschießen. Ja, mach ich gleich. Soll ich da aufmachen schonmal? Kameras entdeckt oder? Oh, der ist entdeckt. Nehmen wir aber es war einfach selber. Mann, ich mach das mal auf da, ne? Der ist auf jeden Fall strommen. Der ist auf jeden Fall strommen. Der ist auf jeden Fall strommen. Ja, das kann. Hier ist sauber, hier ist aber zu. Okay, jetzt geht hier auf, Achtung. Hier ist auf, wenn da nicht einer reingehauen hat. Ne, da hab ich reingehauen. Stimmt, der Rainbow war das Spiel, was nicht funktioniert. Wenn ich irgendeine Wand auffusen soll, sagt Bescheid. Hier ist kein Thermite. Thermite sehe ich immer noch mit IQ, oder? Ups. Ich hab gut kassiert. Schönen Dank die Zuschauer für meinen Schnuppen. Hier ist glaube ich einer drin. Hinter uns in dem Raum. Hinter uns, meine ich. Ich spotte euch einen. Vor mir, vor mir. Yo. Das war der sogar. Ich kann noch einen spotten. Hier haben wir noch einen anderen. Der ist in Gang nach hinten drin. Komm mit rein. Ist nach hinten gegangen in den anderen Raum. Ah! Giftstachel. Pass auf, der kommt, der kommt. Ne, ne. Was hier alles ist. Wann kann ich nicht die Luft fangen, Alex? Ne, weil der nur Strom ist. Jo. Genau. Mario, pass auf hinter dir. Da können wir meistens raus, wenn man hier rangeht. Mario, du könntest hierher kommen. Ja. Ja. Da ist ein Capcom-Fahrer. Der vier. Uh. 26 HP. Hier rein, Mario. Die Wand da kannst du aufmachen. Immer noch. Immer noch. Ja, ja. Mario macht aber gerade auf. Also halt. Bleib einfach da stehen, sag ich. Ah, ok. Mario, komm und zünden. Zünden. Das ist wieder starre. Hier und ich wieder starre. Was hat er eh nicht sehen? Wieso auf geht's? Das ist der Smoke. Einer ist hier, ne? Da ist ein Jäger. Aber so vor mir liegt er auch im Starre. Irgendwo hier. Ja, ich seh ihn. Nachbarraum einer. Immer einen Schritt nach hinten, nach rechts, sagst du? Einer ist zu der Ecke an einer Treppe. Ne, ich kann da nicht hinschießen, wenn du das stehst. Der steht ja direkt in der anderen Familie hier. Ja, nebenraum. Ihr könnt rein gehen, ne? Der Raum ist zu frei. Nein. Einer im Raum hinten links in die Ecke in einer anderen Treppe. Da hinten steht einer. Weil der da liegt, finde ich hier. Weißt du? Da. Der steht rechts an der Tür. Ja, ja. Der steht in der... Jetzt ist er wahrscheinlich nach vorne laufen. Und man kann ja versuchen vorbeizuspringen und sich in die Couch zu pegen. Go. Da liegen halt Sachen. Was liegt denn da? Mach. Den Raum sicher. Den Raum sicher. Legen, legen, legen. Kunde an. Fortsch. Alte kommt. Er hat einen Stachel hingelegt. Und man muss ja nur überleben. Alles, alles fällt. Warte, du lockst sie halt an. Ja. Du stinkst. Deswegen bin ich auch hier. Warte. Du hast den letzten Blut gemacht. Und äh... Deswegen bin ich hier. Danke. Na, ich mach die Wand auf. Du legst sie ab. Und dadurch gehts alles. Passt doch perfekt. Wo war denn der letzte denn? Der ist ja gar nicht gekommen. Äh, an der Treppe. Der ist... Ich hab die Flashes jedes Mal dorthin geworben. Die Flashes. Die Flashes. Elah. Ne, hätt ich jetzt noch den passenden Account dazuspielen müssen. Die Leute sehen... Ne, noch nicht. Was sehen die Leute? Ach ne, die Leute sehen die Folge ja gar nicht so aktuell wie die andere Folge. Die sehen die aktuellen 2 Tage Sprüche als die anderen Folge. Ja, aber ich würd jetzt sagen, im Moment haben wir die erst vorgessen aufgenommen, aber das stimmt jetzt nicht mehr. Das wär halt sowieso nicht log. Wir spielen nicht alle 2 Tage für eine Folge. Ne, wir spielen einmal in der Woche für alle. Ja, genau. Hallo. Ja. Einer hab ich erwischt. Vorsicht. Nämlich so Cazzle, dass wir nur einmal die Woche spielen. Werden oben reingehen. Nicht runter... Ist der Dig in oben rein. Unter den Dropper lege ich eine, die trifft. Wünscht mir mal Glück. Ne. Good luck. Mach jetzt mal keinen Käse da. Ich glaub ich geh auch mit denen. Bitte jetzt schon wieder nichts. Ich geh schon zwei hoch, okay. Ja, die sind hier gespawnt. Ja, oben ist schon ein gut geblitzdingst. Hier kommen sie hochgeklettert. Echt, die gehen überhaupt? Ja, die feißen hier auf jeden Fall auf. Einer ist auf dem Dach jetzt über uns. Ja, Vorsicht. Hier ist das Dach offen. Mario, Vorsicht. Da können sie sich durchschießen. Durch Erschießen. Er dürfte mich nicht sehen, hoffe ich. Denk dran, hier ist ein Robber. Da können die deine Beine sein. Äh, ist hier ein Lüftungsschlitz. Aber ja, ja, wenn ich da weitergehe. Genau. Heu ich tatsächlich nicht mehr damit an. Weiß nicht, warum er denn auf mich geschossen hat. Einer hat mein Giftding abbekommen. Okay. Ich guck mal welches. Äh, bar. Ne, oben. Oben. Der Dropper. Da du denk dran, dass da die Wand offen ist. Ja, die sehen mich nicht. Also, außer ihr liegt. Also, außer ihr liegt. Na, auf der anderen Seite ist einer. Ah, die wollen also oben rein eigentlich. Okay. Ein Schild von hinten. Ich hab's halt erschossen, aber ich bin auch vorne. Du kannst dich auch selbst heilen, Maru. Was war das? Ja, du musst mich selbst heilen, dass die funktioniert. Noch mal die mittlere Maustaste drücken. Oder die Taste, mit der du's belegt hast. Ah. Er ist halt auf der Treppe mit dem Schild. Okay, denk dran, die Wand hinter dir ist nicht verstärkt. Ich hab ihn noch mal angeschossen. Mit der oberen Treppe jetzt. Wurde entdeckt. Wo ist die, ja die Drohne ist reingefahren. Und ich hab's nicht getroffen. Ich glaub, du kannst auch ne Mine auch da durchschmeißen. Übelst unzufrieden. Ich hab die in der Mine habe schon so schnell gezogen. Also, der Treppe ist mindestens einer. Den irgendwie abzulegen. Okay, komplett unten rum. Also, da. Na, ich will eigentlich nicht. Alter. Na, die wollen hier oben was anmachen. Jetzt wird das kaputt gehen. Aber das ist kaputt gegangen. Ja. So. Na, sind wir noch bei euch? Dann hat er keinen mehr. Wenn das Sermite war, hat er keinen mehr. Okay, dann hat Sermite keinen mehr. Steht es wieder auf der Treppe. Oh, das sieht mal das Schild dieses Mal. Das ist ein bisschen durch. Ich war hier. Hier. An der Treppe. Jetzt nicht laggen. An der Tür. Da ist Glas. das klassiker hat und smoke ich habe die wand aufgesprägt und erwischt alter was leckt das so lol ja hab ich blackbeard ist an dieser kleinen stufe zwischen den räumen also immer noch draußen immer noch draußen wo ich den einen erschossen habe das zur sache aber der geht erst in den giftfeil laufen der wird erst in den giftfeil laufen du solltest da weg ah ne der kann auch durch das loch in der wand gehen da ist ein loch in der wand vor dem motorrad rechts sozusagen er ist drin links links markieren die ganze zeit er ist rechts im raum rechts im raum noch ein bisschen okay du hast ihn wenigstens down ne ja der krabbelt noch unten ja ja der liegt im raum und geh einfach runter der liegt unter dem beim sachsen im raum ja vollidiot er sieht man jetzt auch noch na super ja 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 ich hab ich gedacht ich war jetzt zwei Wochen weg Freundschaft beendet mach doch jetzt das eigene Ich habe keine Zeit mehr gehabt. Ich weiß, was da sein könnte mit deinem Kapuzen. Doch, Aage. Das heißt, ich kann über meine Switch mein Handy laden. 200 Punkte nur durchs Markieren. Du kannst auch dein iPad über die Switch laden. Du kannst ein Switch laden über dein Handy? Ich habe mein Handy jetzt einfach an den Controlleranschluss der Switch angeschlossen, obwohl die aus ist. Weil mein Handy gleich alle ist und ich alle Kabel noch in der Reisetasche habe. Aber das lädt anscheinend trotzdem. Oh, guck mal, was ist für ein geiler Bug. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich kann die Gegner spotten durch die Wand durch. Oder ist das wer anderes? Ich spotte. Und dann kommt bei mir trotzdem der Sound? Ne, der darf ja nicht kommen. Okay, den habe ich halt trotzdem gehört. Das wollte ich nicht. Was ist denn Drohne rund hier rum? Ja, ich wollte auch meine Drohne haben. Zahle wird also demnächst gebrannt. Ich habe jetzt gehofft, ich kann solche Wands spotten. Das war ja gar nicht so. Habt ihr alle Kameras noch? Nur eine? Eine habe ich jetzt gerade gemacht. Eine habe ich noch nicht. Da ist auch eine down. Boah, ist mal eine halbe Stunde, um da hinzukommen. Finger-Camera noch. Hier und hier und dann. Tja mal, ich kann gerade auch so was draufstecken. Wir haben die Garage verstärkt natürlich, ja. Was ist das? Wir gucken mal von der oben. Hier oben ist ein Kapkan-Draht. Vorsicht. Keine Explosion. Warte mal. In dem Fenster ist keiner. Gut, hier ist auch nichts. Wollen wir oben rein? Ja. Genau, da ist einer. Sollen wir oben rein? Da wohl die auch reinreißen? Ah ne, ich treffe natürlich hier. So, hier ist Strom zweimal. Also... Habt kein Rad auf. Links ist nicht Strom. Ja, so ich. Die haben C4 nach oben geschmissen. Äh, von unten nach oben geschmissen. Ja, zu heiß. Mal kurz hier das Ding aufmachen, dass wir flüchten können, ne? Ja. Also EMC haben wir nicht, oder? Ja. Wie machen wir das denn hier nicht? Kannst du gucken, äh, so minimal, ob da... Also... Warte mal. Der geht auch nochmal auf, ne? Okay. Da ist ein Kapkan-Draht. Ja. Oh, da ist auch einer. Der Kapkan-Draht ist weg. Scheiße, wir kommen nirgends wieder durch. Das ist super wieder. Muss aber auch erinnern. Wow. Ich glaube irgendwie, dass die alle oben sind. Ja, vor mir am Treppenhaus. Ja, vor mir am Treppenhaus. Ja. Warte, er hat uns geschossen. Sie ist von unten. Ich lade mein Magazin. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Mal an dieser Scheinrad. Ein unten habe ich. Ich habe viel zu beschissen geschossen. Sorry sagst du. Au. Warte mal. Da ist noch einer. Ich habe noch einen gut zerstört. Alter, IQ ist mittlerweile echt praktisch. Ja, wer hier unten könnte man dann aufschweißen komplett. Da wo die auch rein wollten. Warte mal, über der Tür hängt so ein Ding. Ja. Kann ich halt nicht wegmachen. Ist das Problem. Okay. Achso, okay. Ich weiß halt, dass es über der Tür hängt. Kann ich auch schweißen? Alles klar. Ich kann es ja auslösen. Okay. Versuch gleich da durchzugucken, Alex. So ein bisschen, weißt du. Ich zünde jetzt. Na, ich versuch's schon die ganze Zeit, aber... Bereit? Ja, ja, komm. Genau über mir. Da hinten. Irgendwas. Halt. Ich kann es nicht treffen. Okay. Ich geh rein. Die sind alle oben, oder? Wo ist die hier? Ja, ja. Einen habe ich oben. 10 HP. Über, also über mir im Endeffekt. Sind alle über mir? Ja, oder so. Die sind auf jeden Fall oben. Über mir sind die alle. Ich seh keinen mehr auf der anderen Rede. Äh, ja. In dem Eck. Ist der letzte. Nee. Dann wär vorbei. Ja, der schleicht sich um. Sehr gut. Sehr gut. Nehmen wir einen Nate. Nehmen wir einen Nate. Hui. Oh. Oh. Ich wusste gleich, dass er gedownt ist. Ich auch. Maru hatte ihn nicht getötet. Er hat ihn gedownt. Oh. Oh. Das erste Mal. Kunran mal als MVP was ganz Neues. Und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschödelü. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.